Ok, ja da wären wir wieder zu einem weiteren Stream. Ich habe heute auch mal wieder den Twitch Chat hier offen. Mal gucken. Ja, es läuft auf jeden Fall alles. Dann würde ich mal vorschlagen, guckt auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei, im zweiten Link. Dort findet ihr meinen Hauptkanal gewissermaßen. Und ja, da bin ich immer mal unterwegs und lad was hoch. Allerdings nur einmal im Monat aktuell. Aber ja, ich denke mal, besser als nix ist das Ganze immer noch. Mal sehen, wann ich da die nächste größere Aufnahmesession mache, dass ich mal mehr wieder hinkriege. Aber ja, das kann ich aktuell noch nicht sagen. So, ich rück erstmal meinen König. Das scheint jetzt verrückt, aber ja, mal testen, wie das wird. So, hä? Ach, jetzt stehe ich ja hier im Schach. Wieso stand ich denn vorher da nicht im Schach? Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Wieso konnte ich da überhaupt hin? Ne, warte, ich stehe ja gar nicht im Schach. Hä? Ich konnte gerade meine Figur noch nicht rücken. Das war ein bisschen komisch. Naja. Mal gucken, was wir draus machen heute. Ich habe auf jeden Fall mal ein anderes Mikro als sonst, wenn ich hier am Laptop streame. Mal sehen, wie sich das jetzt hier wiederum anhört. Das habe ich noch nicht so ausprobiert. Ja. Muss ich mal direkt vergleichen, wenn ich... Also beide hintereinander mir anhören. Beide Videos. Ja, mal sehen. Werde ich aber jetzt nicht unmittelbar machen. Das hat noch Zeit. Das sind so Sachen, die macht man dann mal irgendwann zwischendurch, wenn man Lust hat. Und wenn nicht, halt nicht, ne? Okay. Hm. Ja, dann kommen wir da hin, oder? So. Ja. Ja. Ich weiß gerade auch nicht. Bin wieder relativ reingeschlittert und, ja, muss mal gucken. Hm. Soll ich das hier nehmen? Ne, geht nicht. Wegen dem Pferd. Na, dann machen wir mal das. Hm. Hm. Soll ich den nehmen? Ja. Hello. Soll ich das machen? Ne, warte, dann mache ich so. Natürlich. So, dann nehme ich mir jetzt noch das Pferd. Oder? Na, na doch. Wenn ich schon mal kriegen kann, ne? Ja, gut. Das war klar. Warte mal. Stehe ich jetzt Schach? Ne. Ich kann nur den König nicht bewegen. Das ist ein bisschen blöd. Hm. Das gefällt mir natürlich nicht. Machen wir mal so. Um die Damen ja wegzuziehen. Hm, toll. Aber, warte, das machen wir so. Jetzt ist das auch hier gefährlich. Da muss die Dame weg. Aufs Pferd wird's ja nicht gehen. Na, genau. Irgendwie sowas. Das kann man ja dann vermuten. Okay, soll ich da hin oder ach, ich gehe hier zurück. Hm, ich überlege hier noch. Hm. Ich muss irgendwie den König noch ins Spiel bringen, so. Ich mache erst mal mit dem hier so einen Zug. Das sieht erst mal so ein bisschen bedrohlich aus. Hä? Was ist denn das? Hä? Junge, ich sehe das nicht. Hier oben. Ja, wo hätte ich denn das sehen sollen? Also mal ganz ehrlich, ich gucke ja schon ein bisschen besser als vor einer Weile noch. Ja. So, also da mache ich mir jetzt fast gar keinen Vorwurf. Okay, ähm. Ja, gehen wir mal mit dem Pferd hier hin. Und dann irgendwie da oder was weiß ich. Ne, ist auch blöd. Jedenfalls, der hat da hoch es verschenkt. Das machen wir nicht. Hm. Ich wusste, dass unter einem von den beiden Turmen was passieren würde. Ja, toll. Ey, das kann ich überhaupt nicht haben. Ich muss irgendwie das Pferd in Stellung bringen. Na, warte. Ich ziehe den erst mal weg, damit ich den da hoch kriege. Ach, nee. Na, jetzt muss ich hier weg, ne? Es wäre jetzt blöd, das Pferd hier hinzustellen oder so. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir hier hin. Obwohl, ja, der Turm natürlich ist dann blöd, wenn das Pferd irgendwie wegkommt, dass dann der Scheiß-Turm wieder Druck macht da oben der Scheiß-Turm wieder Druck macht da oben. Ja, mach mal so. Was wurde mir jetzt eigentlich geklaut? Ein Bauer irgendwo, ne? Hier unten. Ja, das wusste ich jetzt. Hm. Ah, warte mal, ich könnte hier den schlagen. Soll ich das machen? Na, ist halt schwierig, ne? Ich lasse es mal lieber. Wer weiß, ich verliere eh gleich wieder meine Dame. Hm. Machen wir mal. Tja, keine Ahnung. Ich glaube, ich ziehe den mal weg hier. Dass da erstmal in Sicherheit ist. Und nicht da noch rumsteht. So. Dann könnte ich hier irgendwie den Turm angreifen. Das wäre lustig. Dann kriegen wir den vielleicht auf die Weise weg. Hä, Alter, jetzt kann ich ja nichts mehr machen außer das. Wer das ja bekloppt. Hä? Das ist ja echt scheiße. Die ganzen Bauern hier oben, ne? Was ist das denn? Was kann ich jetzt machen? Ah, jetzt wurde mir nichts genommen, ne? Glaub ich. Ach so, ja, jetzt wird der Turm angegriffen. Toll, und ich kann nichts machen. Außer das hier vielleicht, aber das ist sinnlos. Hä, ich kann echt nichts machen, ne? Gegen den scheiß Springer, äh, Läufer. Ach, ey. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie so ein Ablenkungsmanöver mache. Ja, ich glaube, ich muss das so machen. Alter, wie viel Zeit ist schon wieder? Hä? Hä? Was ist denn das? Ach, komm. Was ist das? Hm. Wie, äh, wie weit bin ich im Stream? Bei acht Minuten. Ich glaub das nicht, ey. Wie soll ich denn jetzt die restliche Zeit überbrücken, wenn kein weiteres Spiel stattfindet? Warte mal, ich guck erst mal in den Chat. Hätte mal sein können, dass jemand hier ist, der gerade spielen will, zufällig. Aber leider nicht. Ah. Ja, soll ich da noch, äh, auf Videos reagieren? Oder so? Das wäre doch eigentlich meine Idee, das fällt mir gerade so ein. Aber worauf? Hm. Ich könnte auf, äh. Achso, ja. Das Problem ist, wenn ich auf Videos reagiere, dann mache ich lieber mal, äh, so ein Dings. Dann mache ich das mal auf eine andere Weise. Ja, komm, wir hatten eh schon mal einen 10 Minuten Stream, dann machen wir es heute auch einen verkürzten. Bevor ich jetzt irgendeinen Scheiß mache. Weil wenn ich mal eine Reaction aufnehme, dann wahrscheinlich lieber als Folge und nicht als Stream. Das ist das Ding. Deswegen würde ich jetzt, äh, einfach nochmal hier ein kurzes Spiel machen. Spielen. Und zwar... Online. Eine Minute. Ach nee, hä? Was? Nein. Ich will random spielen. Hey, was ist denn das? Wo kann ich denn das? Neue Partie. Machen wir drei Minuten, oder was? Spieler. Random. Kann ich nicht gegen irgendwen? Ne, nicht Computer gerade, aber... Ich, ich weiß nicht, wie das geht. Das geht doch jedes Mal anders, so. Ah, wirklich jedes Mal. Hier vielleicht. Es funktioniert nicht. Mal ehrlich. Hä? Quick Game? Jetzt, äh, hä? Hä, was ist das denn? Jetzt drei Minuten. Oh nee, das mache ich nicht. Ach, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will jetzt nicht so lange noch streamen. Ich wollte jetzt hier enden. Oh, ey. Könnt kotzen. Alter. Junge. Was ist das denn jetzt? Mal kommen, setz schachmatt. Ich habe keinen Bock mehr. Ey, das hat nichts funktioniert. Ich brauche zehn Minuten gefühlt, um ein scheiß Spiel zu starten. Ja, danke für den Win. Jetzt mache ich mich rein. Den haue ich rein. Ich habe, äh, ja, gesagt, dass ich nur zehn Minuten oder elf jetzt mache und dann... Okay, da musste ich niesen. Jedenfalls, äh, reicht mir die Zeit jetzt, da ich nicht unbedingt Lust, das noch ewig in die Länge zu ziehen, äh, mit irgendwelchen Random-Spielen. Könnte man mal machen, so für fünf Minuten, aber jetzt wären es ja noch über zehn oder so und, ja, habe ich jetzt nicht so Lust drauf gehabt. Äh, da haben wir lieber nur einen Spielquart. Ich habe einen Satz gemacht, wo ich gleich wieder rausfliege. Das ist doch nur ein schöner, schöner Zufall. Oder eine schöne Begebenheit und, naja, dann ciao erst mal.